Schalom liebe Freunde, seit einer Woche herrscht der Krieg in der Ukraine, viel Leiden und eine humanitäre Katastrophe. Ich bin zutiefst aber beeindruckt von der Bereitschaft von Menschen in Deutschland, die Leidende zu unterstützen. Das betrifft auch die Flüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Ich bin sehr dankbar. Als derjenige, der aus der Ukraine kommt, ursprünglich, bin ich zutiefst dankbar für allen, die den Flüchtlingen helfen, die sich engagieren, die Kleider bringen, spenden, Bereitschaft zeigen, die Flüchtlinge bei sich zu Hause unterzubringen und nicht nur Bereitschaft, sondern sie tun das. Ich bin zutiefst beeindruckt und ich will allen Deutschen oder allen Menschen in Deutschland dafür danken. Heute bin ich irgendwie stolz, ein deutscher Staatsbürger zu sein. Danke.